Hallo, ich bin Christopher Haslinger und besuche zur Zeit die 4AK. Ich arbeite derzeit in der Hitzing Data Systems, einer unserer Übungsfirmen, und bin in der Marketing- und Verkaufsabteilung tätig. Was eine Übungsfirma macht und was unsere ausmacht, zeigen wir euch in diesem Video. Eine Übungsfirma ist im Prinzip eher ein echtes Unternehmen, jedoch sind das Geld und die Produkte fiktiv. Es gibt viele Abteilungen, die für einen Teilbereich zuständig sind. Ich beispielsweise arbeite in der Rechnungswesenabteilung. Zum einen kümmere ich mich um die Eingangsrechnungen, ich trage sie in die entsprechende Liste ein und zum anderen verbuche ich sie. Was unsere Übungsfirma ausmacht, ist, dass wir alle miteinander gut kommunizieren und einen sehr hilfsbereiten Coach haben, aber auch die HDS-Mitglieder helfen sich untereinander. Dies wäre nicht möglich, wenn sich die HDS-Mitarbeiter nicht verstehen würden. Wir verstehen uns alle gegenseitig, was die Zusammenarbeit vereinfacht. Machen kann man. Also ich beispielsweise habe das Döckert geschlagen.